Halli, hallo, hallöchen, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Geheimakte Tonguska. Wir haben in der letzten Folge das Büro unseres Vaters durchsucht, in der er ist auf rätselhafte Weise verschwunden. Und wir haben jetzt den Schlüssel für, also hoffentlich den Schlüssel, für den Sicherungskasten, weil wir im Nachbebüro beim lieben Max gerne nachfragen wollen, wo unser Vater geblieben ist. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn ergeben. Falls ihr wissen wollt, was eigentlich vorher passiert ist, schaut euch die erste Folge an. Lass uns das gleich mal ausprobieren. Wir starten direkt in diesen Part. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja! Okay, nice. Dann lass uns mal gucken. Äh, okay, aber... Ah, ich hab ne Vermutung, Leute. Ich hab ne Vermutung, Leute. Wir haben doch hier den Plan beim letzten Mal gesehen. Lass uns mal da drauf schauen. Das ist ein Fluchtplan mit allen Räumen des Museums. Wobei der nicht aktuell ist, da zur Zeit ja einige Räume wegen Renovierungsarbeiten gesperrt sind. Oh ne, macht ja keinen Sinn. Da sind ja keine Nummern drauf. Nein, forget it! Okay, wie kriegen wir die Nummer des Büros raus? Vielleicht auf dem Schild? Da hängt ein provisorisches Türschild mit dem Namen Max Gruber. Okay. Das hilft uns auch nicht weiter. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Leute, diese Heizkörper, ich übersehe die immer. Eine Aloe Vera-Pflanze. Für die Haut ab 40. Okay. Können wir uns da was wegnehmen? Schön vor allem, dass wir ein Rätsel haben und ich direkt zum nächsten Item hier gehe. Er gluckert leise vor sich hin. Okay, das ist einfach nur die Heizung. Haben wir hier noch sonst irgendwas? Nope. Hier auch? Das ist mit diesen Heizkörpern. Er gluckert leise vor sich hin. Alles klar. Okay, 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 okay. Vielleicht ist was in dem Büro von unserem Vater. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Armin, wie kriegen wir die Büronummer raus? Ich mein, hängt das vielleicht irgendwo? Ich glaub nicht, oder Leute? Ich glaub, das ist nicht der Fall. Lass uns nochmal ganz genau zuhören. Die Sicherungen sind alle durchnummeriert. Ich vermute, die Nummern stehen für die einzelnen Räume des Museums. Solange ich nicht weiß, welche Sicherung zu welchem Raum gehört, lasse ich besser die Finger davon. Alles klar. Okay, okay. Dann muss es was sein, was wir rausfinden können. Der Plan ist es offenbar nicht. Oh, hier ist eine Liste. Die habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Wow, Andi, wow. Auf der Liste stehen die Mitarbeiter des Museums. Wissenschaftlicher Leiter Wladimir Kalenko. Büro 5. In Büro Nummer 4 befindet sich dieser Max Gruber. Ja, dann müssen wir Max doch im Büro 4 einfach mal vom Strom abschneiden. Jetzt wissen wir es, ja? Ich werde mal die ungesund laute Musik von diesem Max Gruber auf ein erträgliches Maß reduzieren. Verdammt, und ich habe nicht gespeichert. So ein Dreck, bis ich das alles wieder hingekriegt habe, vergehen Stunden. Herr Gruber, bitte lassen Sie mich rein. Ich muss mit Ihnen reden. Was, wie? Moment, gleich. Hallo, Sie sind Nina Kalenko, ja? Ja, woher wissen Sie das? Ihr Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Freut mich wirklich, Sie endlich mal kennenzulernen. Wollen Sie Ihrem Vater ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter schauen? Ich wollte mich eigentlich mit ihm treffen, aber als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und sein Arbeitszimmer war Chaos pur. Ach ja, und Eddie hockte völlig verstört in der Nachbildung des Tyrannosaurus Rex und stammelte irgendwas von schwebenden Gestalten. Hört sich ja nicht gerade nach der strikten Befolgung der Arbeitsvorschriften an. Aber mich trifft keine Schuld. Bin seit Stunden nicht mehr aus dem Büro raus. Was sagt denn Ihr Vater dazu? Genau darum geht's. Er ist weg. Weg? Wie weg? Er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Ich hab so das Gefühl, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie haben wirklich gar nichts mitbekommen? Nein, leider nicht. Die Stimme ist ja mal mega nice. Die ist auf jeden Fall von einem ganz, ganz bekannten Sprecher von Hollywoodstars. Also wowi wow. Okay, krass. Also Max ist offenbar ein Kollege von unserem Papa. Wir können jetzt hier auch ein paar Sachen fragen. Über die Arbeit, über unseren Vater selbst und über Eddie. Die, alles klar. Aber die Stimme, Leute, gebt's mal zu. Also dieser mal, wow. Ist ja richtig gut. Das Zimmer meines Vaters sieht durchwühlt aus. Wissen Sie, woran er in letzter Zeit gearbeitet hat? Nicht so genau. Eigentlich sollte er Inventur machen. Er wird ja gerade renoviert. Ja, ich weiß. Aber? Aber er hat kürzlich erwähnt, dass die Inventur für ihn derzeit nebensächlich sei. Irgendwas Wichtiges sei dazwischengekommen, um das er sich erst einmal kümmern wollte. Sie wissen aber nicht zufällig, was das war. Nein, wie gesagt, ich war auch schwer im Stress. Alles klar. Wie sieht's aus mit unserem Daddy? Ist Ihnen in letzter Zeit irgendwas aufgefallen? Irgendwelche seltsamen Vorkommnisse? Hat sich mein Vater anders verhalten als sonst? Nein, eigentlich nicht. Wir haben uns aber in den letzten Tagen nicht oft gesehen. Ich war ziemlich im Stress und er schien auch sehr viel zu tun zu haben. Schade. Vielleicht sollten Sie die Polizei einschalten. Das Ganze hört sich ja doch etwas beunruhigend an. Ja, hab ich schon versucht. Aber die scheinen nicht sehr interessiert am Verschwinden meines Vaters zu sein. Der Hausmeister war irgendwie völlig durch den Wind. Stammelte etwas von Typen in schwarzen Roben und seltsamen Stimmen. Eddie? Sie wissen doch, er ist ein echt lieber Kerl, aber... Er greift gerne zur Flasche, ich weiß. Aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Er schien wirklich Angst vor etwas zu haben. Naja, wenn hier wirklich jemand war, könnte Eddie schon was davon mitbekommen haben. Und in Kombination mit seiner liebhaften Fantasie und einer Flasche Whisky? Ja, aber ich denke, ich werde trotzdem nochmal mit ihm reden, sobald er sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Er ist der Einzige, der mir vielleicht weiterhelfen könnte. Alles klar, wir haben Max einiges gefragt. Ich werde mal weitersuchen. Mir geht es nur allmählich so wie Eddie. Ich bin völlig verwirrt und so langsam kriege ich wirklich Angst. Wenn Sie Hilfe brauchen, ich bin hier. Okay, vielen Dank. Wie cute er ist, ne? Okay, 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 okay. Okay, was können wir jetzt als nächstes machen? Ich glaube, im Büro machen wir, glaube ich, jetzt nichts mehr, oder? Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wir müssen mal Eddie suchen vielleicht. Haben wir den hier hinten irgendwo? Oder müssen wir irgendwie raus oder so? Ah, okay, nee, hier geht es hoch. Ah, hier geht es zum Ausgang. Ist der hier hinten vielleicht? Okay, Eddie ist nicht da hinten. Alles klar. Dann vielleicht gehen wir zum Ausgang. Irgendwas stimmt hier nicht. Und solange ich nicht weiß, was mit meinem Vater ist, gehe ich hier nicht weg. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Dann müssen wir doch nochmal zurückgehen vermutlich. Ins Büro. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Kommissar Kanski. Ich leite hier die Ermittlungen. Und wer sind Sie? Ich? Nina Kalenko. Ich hatte Sie angerufen. So, so. Aber gehört, Ihr Vater sei verschwunden? Ja, ich kam hier an und wollte meinen Vater treffen. Er meinte, er sei noch bis spät in die Nacht im Museum. Als ich hier ankam, stand die Tür zum Museum offen. Und es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich mache mir echt Sorgen. Danke, dass Sie gekommen sind. Hä? Aber Leute, Moment, Moment. Wir haben doch die Polizei angerufen. Die wollten dem doch gar nicht nachgehen. Das ist ja merkwürdig. Haben Sie eine Idee, was hier passiert sein könnte? Ich kann mir kaum vorstellen, dass mein Vater so ein Chaos veranstaltet hat. Hm. Ich kenne Ihren Vater zwar nicht, aber auszuschließen ist erst einmal nichts. Sie wollen ernsthaft behaupten? Ich behaupte gar nicht, Schätzchen. Ich ziehe nur alle Möglichkeiten in Betracht, solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Meinen Sie, meinem Vater könnte irgendwas zugestoßen sein? Schwer zu sagen. Ich dachte, die Polizei kann mir nicht helfen, solange mein Vater nicht in Lebensgefahr ist. Hör zu, Mädel. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft. Ich weiß, wann eine Sache stinkt. Und diese Sache müffelt schon ganz gewaltig. Und wenn du was damit zu tun hast, dann rück lieber gleich mit der Sprache raus. Früher oder später werde ich sowieso dahinter kommen. Hallo? Ich habe die Polizei gerufen. Besser gesagt, ich habe versucht, sie zum Herkommen zu bewegen. Warum sollte ich das tun, wenn ich meinen Vater... Verbrecher machen immer die unlogischsten Sachen. Davon lasse ich mich nicht täuschen. Sonst wäre ich nicht Kommissar geworden. Ja, ja, ich sehe schon. Sie sind ein ganz schlaues Kerlchen. Mädel. Hat er gerade wirklich Mädel zu uns gesagt? Wow. Wenn Sie was rausgefunden haben, sagen Sie mir dann sofort Bescheid? Ja, ja. Ich brauche ohnehin Ihre Adresse und Telefonnummer. Und verlassen Sie besser nicht die Stadt? Könnte sein, dass ich noch Fragen habe. Und nun raus mit Ihnen. Sie stehen mir sowieso nur im Weg rum und verwischen die Spuren. Seltsamer Typ, dieser Kommissar, oder? Ja, und nicht gerade der freundlichste seiner Zunft. Aber vielleicht muss man in diesem Job so sein. Ja, mag sein. Hauptsache, er findet raus, was mit meinem Vater passiert ist. Wenigstens einer, der auch glaubt, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ich glaube Ihnen auch. Danke. Und ich würde Ihnen auch gerne helfen. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für Sie tun kann... Das ist lieb. Schauen Sie erst einmal, ob Ihr Vater nicht längst zu Hause ist. Vielleicht macht er sich ja schon Sorgen und verdonnert Sie dann zu zwei Wochen Taschengeldentzug, weil Sie zu spät gekommen sind. Ja, das wäre schön. Ich bin morgen leider erst gegen Abend wieder im Büro. Aber kommen Sie bitte vorbei oder rufen Sie mich an. Wenn Ihr Vater wieder da ist, haben wir was zu feiern. Wenn nicht, kann ich vielleicht was für Sie tun. Ja, mach ich. Bis morgen und gute Nacht. Gute Nacht. Und schlafen Sie schön. Sie auch. Oh, wie cute er ist, oder? Oh, ich finde, also die Stimme und ich meine, er sieht auch... Also, es ist ein Spiel. Ich weiß, Leute, judget mich nicht. Aber er ist schon ein Cutie, ne? Das Naturkundemuseum in Berlin ist auch witzig. Ich wohne ja in Berlin, aber ich glaube, ich war noch nie im Naturkundemuseum. Wow. Okay, wir können nach Hause fahren. Alles klar. Zwei böse, dreinblickende Echsenwesen. Die beiden sehen aus, als würden sie den Eingang zum Museum bewachen. Alles klar. Motorrad. Was ist das hier gewesen? Motorradsitz. Ah, okay. Wahrscheinlich für unseren... Für unseren Hellen. Alles klar. Was haben wir hier noch liegen? Die muss von der Baustellenlampe abgebrochen sein. Das nehmen wir mit. Ist doch interessant, was wir haben. Gelbe Scherbe. Das ist diese Aloe Vera Pflanze gewesen. Den Glaskolben. Wow, wir haben einiges gesammelt schon. Ist hier noch irgendwo was? Okay, das ist die gleiche Figur. Dieser Kanski hat mich doch gerade erst hochkant rausgeschmissen. Und wirklich scharf bin ich auf ein schnelles Wiedersehen, ehrlich gesagt, auch nicht. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, dann haben wir das auch. Oh. Mein Vater hat in den letzten Monaten hart für diese Ausstellung der Herrscher längst vergangener Tage gearbeitet. Hoffentlich finde ich ihn bald wieder. Und hoffentlich geht es ihm gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mehr hatten wir jetzt hier nicht. Dann lass mal schauen. Dass wir den Motorradsitz öffnen. Ich hoffe, dass das richtig ist. Das Staufach im Sitz ist abgeschlossen. Girl. Damit müsste es doch gehen, oder? Geh mal hier ein Stückchen weg. Geht das nicht da? Geht das nicht? Ah ja. Jetzt ist das Staufach offen. Oh, wow. Dass man da nicht hinklicken kann, oder? Motorradsitzung. Motorradsitzung. Mein Handy und meine Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Das Handy. Wie cool sieht das bitte aus? Das Ding hat allen möglichen Schnickschnack. Man kann damit auch wunderbar Orion Squad 1 spielen. Geil, ey. Dunkelblau und sehr cool. Leute, wenn ihr jünger seid, das waren mal Handys. Ja? 2006 waren das die Handys. Das waren die Handys. Mein Motorrad. Okay, können wir mit dem jetzt fahren? Oh. Ah, okay. Hallo? Papa? Bist du zu Hause? Oh Gott. Mein Kopf explodiert gleich. Ach du Scheiße. Hier hat aber jemand ganze Arbeit geleistet. Erst sein Büro und nun auch noch seine Wohnung. In was ist mein Vater da nur reingeraten? Ich sollte in Zukunft vorsichtiger sein. Die Typen, mit denen ich es hier zu tun habe, scheinen es ziemlich ernst zu meinen. Können wir ganz kurz drüber sprechen, wie cool diese Sequenzen sind? Äh, jetzt hatte ich mich fast versprochen. Wie cool ist das bitte gemacht für das Spiel? Ich weiß, ich habe einmal, ich habe es im letzten Part, glaube ich, erwähnt, habe ich ein Let's Play gesehen. Das ist, wie gesagt, super ewig her. Aber ich hatte es nicht so cool in Erinnerung. Es ist richtig gut gemacht. Okay. Gut, wir wurden offenbar niedergeschlagen. Was haben wir denn hier? Oh. Mh, lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Warum tue ich das? Schon der Geruch tötet jeden möglicherweise existenten Hunger ab. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch fliegen. Wow. Ich bin mal gespannt, wie dieses Inventar noch weiter anwächst. Okay, haben wir hier noch was? Hier haben wir Zettel. Auf einem ist ein Zahnarzttermin, auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen. Und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Warum ist denn der Zettel leer? Auf einem ist ein Zahnarzttermin. Okay, das war das Gleiche. Hä, warum tut man denn einen leeren Zettel daran? Naja. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Diskette. Hier irgendwas. Oh. Weltempfänger. Auch Radio genannt. Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Außer einem beruhigend gleichmäßigen Rauschen werde ich da wohl nichts hören. Okay. Ist hier noch irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Heute. Ein Bleistift. Braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Alles klar. Nehmen wir. Natürlich. Passwort geschützt. Denk nach, Nina. Denk nach. Okay. Achso. Ah, okay. Wir müssen das Passwort eingeben. Ja, das können wir ja noch gar nicht wissen. Auf einem ist ein Zahnarzttermin. Auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen. Und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Okay. Lass mal gucken. Vielleicht finden wir ja im Raum was, was uns das Passwort zum Rechner verrät. Leute, ist das Cheaten, wenn ich die Space-Taste drücke. Aber manchmal übersieht man das doch aber auch, oder? Also, ich versuche das mal nicht so häufig zu klicken. Das verschwert ja oder erschwert ja auch noch ein bisschen das Spielen. Lass uns mal die Akten ansehen. Unterlagen über die Expeditionen und Forschungsergebnisse meines Vaters. Der Einbrecher scheint sehr interessiert daran gewesen zu sein. Es fehlen stapelweise Ordner. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. So wie es aussieht, waren die Einbrecher sehr gründlich. Okay. Hier haben wir die Tür. Ist bei den Mänteln was? Nee, da ist nichts. Hier haben wir bei den Akten. Das hatten wir schon. Ich suche jetzt sehr, 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 sehr gründlich. Dann hier. Schon erstaunlich, mit wie wenig Klamotten Männer durchs Leben kommen. Naja, ich möchte es so pauschal nicht sagen, Nina. So pauschal sage ich es nicht. Warum es Leute gibt, die dieses hohle Glotzen der Fische beruhigt, werde ich wohl nie. Moment mal. Da glitzert doch irgendwas. Neben einigen Fischen schwimmt da auch noch ein Schlüssel drin rum. Oh. Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Alles klar. Da ist also was drin. Gut zu wissen. Sieht unbenutzt aus. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Bett. Sieht ein bisschen durchwühlt aus, oder? Richtig ordentlich ist das nicht? Okay. Haben wir hier noch was? Ich glaube, ich habe die Teppich-Ecke. Teppich-Ecke. Alles klar, Andi. Die Teppich-Ecke habe ich hier gesehen. Mal da noch mal schauen. Der Teppich ist an dieser Stelle völlig versifft. Ich sollte meinem Vater zu Weihnachten mal einen neuen schenken. Okay. Uh, okay. Da ist irgendwas zwischen den Planken. Ich habe zwei extrem filigrane Finger. Aber da komme ich so nicht rein. Aber vielleicht mit dem Bleistift? Äh, offenbar nicht. Wow. Okay. Hä? Aber mit dem Bleistift, das würde doch voll Sinn machen. Ich habe zwei... Okay. Ja, 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 ja. Alles klar. Wir haben jetzt mehrere Sachen. Wir haben das Passwort. Wir haben den Schlüssel, der sich... Oder zu jedem Fall irgendwas, was glitzert im Aquarium. Und wir haben das hier. Okay. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir vielleicht übersehen haben? Was sind die Akten? Hier können wir nicht weitergehen, ne? Ne, hier ist nix weiter. Hier ist auch nix. Okay, können wir rausgehen? Ja, können wir. Okay, dann können wir nur rausgehen. Na gut, dann werde ich mal. Okay. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Oh. Ich sag's euch. In diesen Point-and-Click-Adventuren ist das immer so, dass man im Müll irgendwas Wichtiges findet. Das war bei Buffum jetzt sucht damals auch schon immer so. Falls ihr das kennt. Hm, was ist denn das hier? Okay. Okay, wir haben den Henkel gefunden. Alles klar. Barad. Wie cool. Wie cool ist das bitte? Okay, ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. I swear. Sieht schon gut aus, oder alles? Okay, ähm. Was ist hier mit dem Gully-Deckel? Okay. Das stinkt aus allen Löchern. Mhm. Okay. Hm. Vielleicht können wir ja jetzt diese Fahrradspeiche damit benutzen. Oh ja. Geht das? Hab es. Eine Kassette. Seltsam. Lag die da absichtlich drin, oder ist sie irgendwann mal aus Versehen da reingefallen? Uh. Und mit der Kassette können wir doch bestimmt hier was am Schreibtisch uns anhören, am Kassettenrekorder. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga. Ich wusste es. Okay. Das ist definitiv das Passwort zu dem Rechner, zu dem PC hier. und wir müssen irgendwelche Zahlen herausfinden. Okay. Okay, okay. Ich sehe, was du vorhast. Ich sehe, was du vorhast. Ich würde tatsächlich sagen, ich mache hier einen Cut, wir lösen das Rätsel mit dem PC beim nächsten Mal. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir das Video angesehen hast. Dankeschön für eure Likes, für eure Kommentare, was auch immer ihr unter das Video postet. Das ist vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen ganz, 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 ganz tollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Geheimakte TONGUZKA. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.